Ja hallo, hier ist wieder Karl Richter aus der Weinzeche. Heute mit Holger Koch, einem der bedeutendsten und tollsten Rotweinwinzer vom Kaiserstuhl, der schon frühzeitig richtigen Pinot Noir, also richtigen Burgunder erzeugt hat. Und warum sein Wein so schön ist, so wunderbar ist, erklärt Holger jetzt selber. Bitte. Der Schwerpunkt für unser Weingut, die Grundidee dabei war eigentlich immer die Konzentration auf Geschmack, auf Fruchtsubstanz, Kleinbeerigkeit. Das ist das, was man hinten im Gaumen merkt, an diesem langen, nachhaltigen Fluss. So eine Idee, die ich immer so im Kopf habe, ist so feine Saftigkeit, nachhaltige, feine Saftigkeit. Erreicht, wie haben wir das erreicht? Erreicht, haben wir den Hebel angesetzt, haben wir vor allem auch am Rebpflanzgut. Die Reben, die Rebsetzlinge für diesen Wein zum Beispiel stammen aus Burgund, die sogenannten Dijonklone, schwach wachsende Reben mit Kleinbeeren intensiven Geschmack. Das ist der eine Punkt gewesen. Der zweite ist natürlich auch, dass wir jetzt im Kaiserstuhl, im zentralen Kaiserstuhl an die steilen Hänge gegangen sind. Die kleinen Terrassen, die sehr gute Besonnung haben, aber auch immer einen Luftzug, wo es immer drüber zieht, die kühlere Nächte haben, die natürlich auch deutlich über 300 Höhenmeter liegen, wo auch die feine Substanz und die Frische und die Lebendigkeit herkommen. Und als letztes, was jetzt den Weinbau anbelangt, auch vor fünf Jahren Umstellung auf Öko-Weinbau, nicht als Verkaufsargument, sondern einfach um diese Natürlichkeit, diese Lebendigkeit, dieses Ausgeglichene auch hinzubekommen und eine bessere Fruchtsubstanz zu erreichen. Einfach doch gleichmäßiges, langsames Wachstum. Und zum Ausbau noch? Gerne, ja. Ausbau spontan vergoren mit natürlichen Häfen und 14 Monate im Holz. Wir gehen allerdings weg vom Barrick zu etwas größeren Fässern, rein 500 wieder, um diese Frische, diese Lebendigkeit, diese Filigranität noch stärker zu betonen, noch stärker die Natur in den Vordergrund zu stellen und nicht den Ausbau des Fass, das ja im Prinzip auch zugekauft ist. Genau. Also was ich noch sagen möchte ist, das hat für mich jetzt gar nichts mehr zu tun mit dem deutschen Spätburgunder, wie man ihn von früher kennt. Das ist wirklich burgundische Finesse, Eleganz im Glas, wie es sie in Deutschland eigentlich noch viel öfter geben sollte. Ein wunderbarer Pinot Noir, ganz klar auf dem Niveau von wirklich sehr, sehr guten Burgundern. Das für mich wichtig ist, einfach auch noch diese Komplexität, dass es Weine gibt, wo es was zu entdecken gibt, wo das zweite, dritte Glas wieder an den Nuancen bringt. Und das kriegt man halt nur mit dieser feinen Konzentration, mit dieser Nachhaltigkeit. Das wird man nie schaffen mit Wein, die auf Opulenz und Fülle gemacht sind, sondern immer nur diese Feinheit, da gehört auch noch eine gewisse Filigranität dazu. Und dann etwas, wo es sich wirklich lohnt, die Flasche weiterzudrinken, weil mir immer Weine, wo man nach ein, zwei Gläsern oder nach ein, zwei Schluck zum Teil schon weiß, was einem der Rest der Flasche erwartet. Und das ist Pinot Noir eben nicht. Das ist die große Stärke von Pinot Noir. Das ist manchmal schwierige Sorte, aber das ist die große Stärke von Pinot Noir, dass es etwas zu entdecken gibt. Dass das zweite, dritte Glas wieder anders schmeckt und darum geht es, diese feine, nuansierte Nachhaltigkeit. Und das Wichtigste, no fun, no wine, no...